Joho, Kritzelpixel-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kritzelpixel hier auf eurem Kunstkrempel und Zeichenschannel. Und Krempel ist genau das richtige Stichwort für den heutigen Part. Es wird mal wieder Zeit für ein Haul. Für ein Art Supply Haul. Vielmehr für ein Bastel Haul. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es genau definieren soll. Über die letzten drei Monate haben sich diverse Bastelmaterialien angesammelt und wann immer ich welche gekauft habe, habe ich gefilmt, wie ich diese ausgepackt habe. Weil ich gedacht habe, irgendwann, wenn ich das Ganze in einem Video mal nutzen kann, zeige ich euch, was ich mir da alles besorgt habe. Und dieses Video, seht ihr, heute! Ja, ja, heute schreibt man mit Ö. Wir fangen mit meiner größten Sammelsucht an, meiner größten Sammelleidenschaft, seitdem ich ein Kind bin. Aufkleber. Das sind wunderschöne Papp-3D-Aufkleber und die sind überhaupt schuld, dass ich anfing, mehr zu kaufen. Stoffaufkleber zum Beispiel, wie diese hier aus dem Tiger Store. Und Glitzer-Aufkleber, wie diese hier. Ich glaube, die habe ich in irgendeinem anderen Dekoladen schon vor Ewigkeiten gekauft. Ich bin mir gar nicht sicher. Das Ganze geschah in frühester Kindheit. Meine Mutter hat mir ein Stickerheft gekauft. Nein, kein Panini-Sammel-Stickerheft, sondern einfach so ein Stickerheft, wo man seine Aufkleber aufbewahren kann, die man kaufen kann. Und was der beste Freund des Stickers ist, das ist der Stempel. Und so fing dann auch meine Stempelsucht an. Früher als Kind hatte ich sehr viele Stempel und Sticker. Heute besitze ich keine mehr davon. Es kann auch sein, dass die noch in irgendwelchen Kisten sind. Aber nun ja, dann fängt man eben von vorne an und besorgt sich erneut all die wunderschönen Dinge zum Basteln und Einkleben. Und wenn man superschöne Sachen zum Basteln und Einkleben hat, braucht man auch etwas, wo man sie hineinkleben kann. Weswegen ich mir ein wunderschönes Album gegönnt habe. Dass wir in Zukunft füllen werden mit diversen Informationen zum Malen und Zeichnen. Das soll nämlich mein Mal- und Informations-Sammelalbum werden. Aber hey, wenn man schon Sticker einkaufen geht und in diversen Kreativideemärkten und Tigerstores und Dekoläden war, dann kann man auch mal ganz niedliche andere Dinge snacken. Oder noch mehr Stempel, weil man plötzlich doch wieder stempelsüchtig geworden ist. Mist. Mama, warum hast du angefangen, mir solche Sachen zu kaufen? Jetzt will ich mehr. Viel mehr. Wunderschöne Stempel, superschöne Glitter-Tapes. Ich meine Glitter-Tapes. Oder Washi-Tape, als ob ich an Papier oder Washi-Tape vorbeigehen könnte. Oder bedrucktem Papier-Tape. Da kann man so unglaublich schöne Sachen gestalten. Eben auch mit bedruckten Aufklebestoffen. Auch so großartig. Und natürlich auch ein bisschen hochqualitative Sachen hier holt. Wunderschöne Pinsel zum Malen. Nichts so schöne Pinsel zum Malen, eher für Klebearbeiten. Und noch mehr Aufkleber. Hey, noch mehr Aufkleber. Wo kommt ihr denn her? Da konnte ich nicht dran vorbeigehen, auch wenn die Farbe mir nicht so zusagt. Damit kann man sicherlich was anfangen. Zum Beispiel in diesem Album. Das ist das Album, das ich mir gegönnt habe. Das habe ich bei Amazon bestellt. Es ist nicht nur wunde, hübsch, ledergebunden. Es ist auch ein Album, das man erweitern kann. Denn ihr seht, ich kann natürlich noch mehr hineinheften. Und das ist eben mein großes Kunstalbum der großen Fragen. Dort werde ich alle Informationen, die für mich wichtig waren, im Laufe meines Mal- und Zeichenprozesses festhalten. Noch ein Buch, das ebenfalls mit Amazon kam, ist Draw Every Day, Draw Every Way. Das ist quasi die Vorstufe zu meinem Album. Das ist ein Buch der künstlerischen Herausforderungen. Man nennt sowas auch Art Prompts oder Art Challenge Book. Und ja, die Seiten sind voll mit vielen Ideen. Ja, mit dem werde ich die Grenzen meiner Art Dimensionen erweitern. Und alles, was ich gelernt habe, halte ich dann im Album fest. Hier seht ihr für jeden Tag eine Zeichenaufgabe. Und dazu werden immer unterschiedliche Art Supplies vorgeschlagen. Und ja, man kann hier sich kreativ austoben und auch mal ganz neue Bereiche und Ecken der Kreativität kennenlernen. Ganz schön dick, das Ding. Das werden wir natürlich auch noch in einem Extra-Video zu diesem Buch kennenlernen. Und hey, wenn ich jetzt schon so viele schöne Sachen habe, dann können wir die doch mal ausprobieren. Oh, sind das Meerstempel. Mensch, wo kommen die denn her? Ja, habe ich die etwa im Kreativmarkt gekauft am Potsdamer Platz in Berlin, in dem ich viel zu oft in dem Art Store wohne. Sodass man mich rausschmeißen muss. Oh, sind das etwa vielfarbige Stempelkissen. Übertrieben vielfarbige Stempelkissen. Mensch, Isa, du hast ein Problem. Wirklich, du hast langsam echt ein Problem. Gut, das hat sich jetzt alles über die Monate angesammelt. Die Aufnahmen, die ihr hier seht, sind über die letzten Monate hinweg entstanden. Also das war immer mal da 10 Euro, immer mal da 10 Euro. Wunderschön. Eben, um auch mal ein Sketchbook aufzuwerten. Denn ich möchte an Design-Sketchbooks arbeiten. Das sind natürlich Sticker und Stempel jeder Art. Denn damit kann man kleine kreative Ecken füllen, die man vielleicht zeichnerisch gerade nicht auswerten kann. Oder man kann um die Stempel etwas drumherum malen. Man kann natürlich auch mit hochwertigeren Stempeln arbeiten, wenn man möchte. Zum Beispiel Stempel auf Silikonbasis. Da ist YouTube dran schuld. Es gibt diese YouTube-Künstler, die diese wunderschönen Grußkarten machen. Und die arbeiten alle mit diesen Silikonstempeln. Und ich so, ich will das auch. Bin leider so ein Mensch, der dann, wenn er das Geld dann doch irgendwo hat, das dann halt auch echt für sowas ausgibt. Aber wir werden damit halt auch sehr viel Spaß haben in Zukunft. Denn mit diesen Silikonstempeln zu arbeiten macht erschreckend viel Spaß. Ich kann mein Scrapbook damit füllen. Ich kann meine Skizzenbücher damit füllen. Das ist einfach eine Designerweiterung. Ich habe jetzt mehr Design-Elemente zur Verfügung, um schöne Dinge zu gestalten. Und ich mag sowieso Mixed-Media. Ich will nicht immer alles malen. Ich will nicht immer alles zeichnen. Ich wollte sowieso Linolschnitt noch mit euch machen. Wir können uns eigene Stempel machen. Wir haben so viele Möglichkeiten, kreativ unsere Seinmöglichkeiten zu erweitern. Indem wir dann zum Beispiel sehr viele Silikonstempel kombinieren können. Nein, ich habe nicht viele bestellt. Nein, nein, das ist... Das ist, die waren erschreckend billig. Auf Amazon gibt es manchmal so Packs mit zehn unterschiedlichen Motiven, random. Und die kosten fünf Euro. Und das braucht dann zwar ewig, bis das dann bisher, bis hierher verschifft ist nach Deutschland. Aber why not? Ich dachte, wir könnten auch mal das machen, was viele andere YouTuber machen. So seinen eigenen Journal. Die machen ihre eigenen Journals. Die binden die Bücher selber. Die machen sich quasi ihren eigenen Kalender. Deswegen habe ich so passende Designs dafür gekauft. Und damit könnten wir so eine Art Prompt Journal machen. Denn ich habe ja dieses Prompt Buch gekauft. Dieses Challenge-Herausforderungsbuch. Und dann könnte ich in dem Journal immer festhalten, was ich gelernt habe. Und Teilergebnisse davon könnte ich in mein Scrapbook packen. Ich arbeite noch an dem Konzept. Aber es könnte ein interessantes Konzept werden für wöchentliche Videos. Eventuell gibt es dazu dann täglich etwas auf Instagram. Muss ich gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Sei es story-technisch oder halt einen Instagram-Post. Vielleicht mache ich auch einen extra Instagram-Kanal dafür auf. Oder eben dann halt wöchentliche Updates hier auf dem Channel. Auf jeden Fall so ein Journal-Video möchte ich gerne mal ausprobieren. Einfach die, ja, Limitierung meiner bisherigen Designs erweitern. Um neue Design-Elemente und neue Aufgaben. Neue Aufgaben geben immer neue Informationen. Man lernt immer Neues. Das man dann wiederum für andere Bereiche einsetzen kann. Und hier haben wir jetzt mit Steppel ganz schnell und ganz schlicht einfach eine kleine Karte gestaltet gehabt. Die kann man natürlich jetzt auch noch aufwerten, wenn man möchte, mit Washi-Tape. Ich habe noch mehr Washi-Tape gekauft. Wo kommt das denn her? Mensch, ich, also, weiß ich auch nicht. Kann das sein, als ich mit Jen einkaufen war, dass ich da viel Washi-Tape gekauft habe? Auch so ganz besonderes Washi-Tape, so Flower-Washi-Tape. Kann das sein? Mensch. Jedes Mal, wenn ich den Potsdamer Platz besuche, werde ich einfach um so knapp 100 Euro ärmer. Gut, das mache ich auch nur alle paar Monate deswegen. Ja, aber, ja, äh, ich hab halt, ich esse halt wenig. Das ist halt wirklich so. Das ist der Vorteil, wenn ihr eine Magen-Schleimhaut-Entzündung habt und euch sowieso nur für Brokkoli ernähren könnt, dann könnt ihr das Geld auch woanders investieren. Zum Beispiel in wunderschöne Glitzerstifte. Das sind Glitzerstifte, die sowohl auf Schwarz als auch auf Weiß sehr, sehr, äh, smoothe Metallic-Effekte haben. Die werden wir natürlich auch noch in Zukunft in meinen Videos häufiger zum Einsatz kommen sehen. Die lassen sich auch ganz gut mit Wasserfarbe kombinieren. Und wenn jetzt hier nicht mal eine fette Hand im Weg wäre, könntet ihr auch sehen, wie ich das angemalt habe. Kleiner Cut, bitte, danke. Oh, magisch, magisch. Ich bin sehr schnell im Anmalen. Aber ihr seht, was für eine wunderschöne Goldfarbe das ist, nicht wahr? Diese Stifte habe ich auf Amazon gekauft. Einige der Sachen, die ihr hier in dem Video seht, sind Gott sei Dank online bestellbar. Dementsprechend findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Alles andere, was aus Stores kommt, die man zu Fuß aufsucht, halt nicht. Die hier gibt es auch auf Amazon. Das sind Schimmerbrushes. Da ist eine Schimmerflüssigkeit drin. Die kann man sogar mit Aquarellfarben kombinieren. Habe ich jetzt hier nicht auf Aquarellpapier ausprobiert, weil ich erstmal nur neugierig war und nichts versauen wollte. Aber ja, die werden wir dann auch in Zukunft noch bei meinen Watercolor Journey Videos in Aktion sehen. Und was soll ich sagen? Shiny! Woo! Shiny! Guild Wars Insider. Und zu guter Letzt noch mein absolutes Must-Have für Silikonstempel. Embossing Powder. Embossing Powder, was ist das? Wofür braucht man so ein Heat Tool? Man braucht Embossing Stempelkissen oder prinzipiell Embossing Flüssigkeit. Embossing Powder und diese Stempel, diese Silikonstempel. Dieser Embossing Stempelkissen hat eine klebrige Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass diese Glitzerpartikel auf dieser klebrigen Flüssigkeit haften. Und wenn man mit diesem Heat Tool über diesen Powder, über diesen Glitzerpuder oder gibt es auch verschiedene Farben von diesem Puder. Ja, über diesen Embossing Puder mit diesem Hitzewerkzeug. Also man sollte keinen Föhn nutzen. Man sollte so einen Heizstrahl nutzen, weil sonst wird der Glitzer weggepustet. Also wenn man damit drüber geht mit dem Heizstrahl, dann schmelzen die Puderpartikel ineinander. Ja? Und hinterlassen eine ebene, glatte, erhabene Struktur. Hier in dem Fall dann eine Glitzerstruktur. Das gibt es natürlich auch in den unterschiedlichsten Farben. Wir nehmen jetzt hier das Kätzchen und nehmen mal einen lilanen Puder. Dann sieht man vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher dieses Ergebnis. Das war jetzt etwas unglücklich gewählt mit dem hellen, durchsichtigen, transparenten Puder. Ich dachte vielleicht auch, er hätte ein weißes Finish, aber es hat ein transparentes Finish. Tja, musste ich erst ausprobieren. Tja, und ihr seht, alles ist miteinander verschmolzen und fest. Kann mit einem Pinsel überstrichen werden, damit da der ganze Restpuder verschwindet. Und wir haben eine süße, kleine Emboss-Katze. Und diese Emboss-Linien sind nicht wasserreaktivierbar. Generell gibt es ganz viel Stempelfarbe, die wasserfest ist, richtig wasserecht ist. Auch da gibt es verschiedenste Qualitätsstufen. Da sollte man nicht unbedingt an der Stempelfarbe sparen, denn auch die ist dann nicht lichtecht oder verschwimmt eben, wenn Feuchtigkeit drankommt. Aber zumindest der Emboss-Powder ist auf jeden Fall hier wasserfest. Heißt, man kann wunderschöne kleine Aquarellgemälde damit machen. Oder eben ausnutzen, dass man transparente Emboss-Farbe hat, wie ich das hier genutzt habe, sodass diese dann noch durch Aquarellfarbe durchschimmert, da Aquarell natürlich nicht auf dieser plastikähnlichen Oberfläche haften kann. Es ist auch eine wunderschöne Möglichkeit, um Karten zu gestalten, um Bilder zu gestalten, wenn man selber nicht sonderlich gut malen kann oder man was ganz Schnelles machen möchte oder mal andere Elemente ausprobieren will. Man kann natürlich auch die Silikonstempel kombiniert mit der eigenen Malerei nutzen. Das bedeutet, wir gerne so ein Schmetterlinge und Blumen für Hintergründe nutzen, um dann selber ein Bild dazu malen. Oder wenn ihr selber noch Anfänger in der Malerei und Zeichnerei seid, dann habt ihr hier die Möglichkeit, zumindest mal im Aquarellbereich mehr auszuprobieren. Ihr könnt euch diese Silikonstempel teilweise im Bastelläden oder auch online für sehr wenig Geld besorgen und habt dann wirklich wunderschöne Motive, mit denen ihr ganz großartige Designs erschaffen könnt. Darum ging es mir auch in diesem Video. Ein ganz wichtiger Faktor neben Malen und Zeichnen. Da ist ja das Design eigentlich ausschlaggebend. Selbst jemand, der nicht so gut malen und zeichnen kann, kann ein wunderschönes Design erschaffen. Manchmal sogar schönere Designs als großartige Maler. Auch ich kann recht futorialistisch malen, aber meine Designs, da hapert es ein bisschen. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, mit Stempeln und anderen wunderschönen Designmöglichkeiten Layout-Elemente auszuprobieren. Wir werden das in Zukunft, wie gesagt, über den goldenen Schnitt sprechen. Wir werden uns neue Gestaltungsmöglichkeiten jenseits des Malen und Zeichnens ansehen und alles miteinander kombinieren. Mixed Media. Unsere Welt besteht aus so vielen wunderschönen bunten Möglichkeiten der Gestaltung. Da wäre es doch schade, wenn wir uns auf Kritzelpixel nicht auch damit beschäftigen würden. Also, die nächsten Videos drehen sich nicht nur um die Malerei und Aquarell, sondern auch um Gestaltung. Und deswegen werde ich euch wahrscheinlich ein kleines Starterpack zusammenstellen, das man sich auf Amazon bestellen kann oder woanders, das einem alle Möglichkeiten für einen günstigen Preis gibt, dann mit den gleichen Utensilien, mit denen ich arbeite, bei diesen Gestaltungsvideos mitzumachen. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich jetzt vielmals fürs Zusehen und bei meinen Tipi-Spendern für die finanzielle Unterstützung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Kritzelpixel.